Ah, das schaut generell noch recht fit aus. Sag ich doch. Ja, dann guck doch mal. Das ist doch jetzt eine Brechstange. Oder wir nehmen halt den Motorhaubenöffner. Das geht natürlich auch. So. Hehe, freut sie sich. So. Ja, dann her damit. Wie gut, dass die schon... ...abgeschraubt ist. Und in die Hosentasche geschoben. Ist gut. Wird so was Neues? Wird auch irgendwie... Ne, ne. Inventar haben wir nicht gut. Was ist das? Spritze? Hm. Ja, das ist klar. Hey, kommen sie nach Acadia Bay. Wir haben benutze Spritzen. Hey. You're a long way from the beach. Hm. So, das schildern wir auch schon. Die Batterie haben wir. Sehr geil. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Äh. Äh. Ah, da ist es. Hinnein ins Glück. Jetzt bin ich auch ein bisschen erschrocken, weil die Kontrolle vibriert hat. Geil. Das ist das einzige, was dem Auto gefehlt hat. Schlüssel steckt auch, oder wie? Ne, aber das ist ja ein Schraubenzieher. So ganz zufällig. Ja. Die gute Frau braucht keinen Schlüssel. Oh. Da vibriert schon wieder. Naja. Vielleicht ist ja kein Sprit drin. Oh. So. Was haben wir denn da? Rastiger Boden. Oh. Was haben wir denn da? Rastiger Boden. Ja. Kann man Decke drüber schmeißen. Geht schon. Was ist das hier? Was mit Glühbirnen? Was ist denn das für ein altes Ding? Ah. Was ist da? Wackel. Äh. Wackelkopf. Sehr gut. Es ist nur du und ich. Du kleine Weirder. Ja. Schaut schon ein bisschen aus wie Elvis. Da. Die Glühbirne. Moment. Die habe ich doch vorhin gesehen. Wieso habe ich die nicht mitgenommen? Ich habe doch gesagt. Die würde ich gerne mitnehmen. Oh man. Okay. Let's see what else this is. Das kann ich dir sagen. Du wolltest es ja nicht mitnehmen. Mensch. Wo war denn das? Da. Nimm die doch jetzt mal mit. Ey. Jetzt nimmst du es mit. Sehr gut. Sehr gut. Ripperien. Ich habe das Licht gesehen. Und es ist fantastisch. So. Ach so kaputt. Da sitzt. Da holen wir den Teppich oder das Handtuch und den Boden. Ach so. Stimmt. So war denn das Zeug. Weg. Das eine war an dem Auto. Wo war denn das? Oh. Schläge haben wir noch nicht geguckt. Hm. I think I'm all smashed out. For now. Ne. Da wollte man nicht. Oh. 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 Schw Total. Aha. Ach. Warte. Wo war ich los? Seine Zwiebeln. Nimm mit. Du schaust. Genau. Jetzt find einem herausragend��zt. Das war jetzt ein bisschen unanständig. Oh, was ist da? Ach so, das porno Häftel. Oh, Radio! Oh, Piratenflag. Achso, dann brauche ich ja doch nicht das Badet hoch. Ist ja gut. Oh Gott, jetzt reden die auch schon über die Prescott im Radio, die springen doch. Da kann ich noch nicht rein, nein. Wo war denn dieser gammelige Teppich? Polster, ach Poster, jetzt weglesen, Polster. Können wir da nicht rein, nee, ne? Nee, nee. Den da wollte ich. Genau. Das gammelige Ding. Puh. Das ist Wahnsinn. Äh, komm ich jetzt da durch da. So, dann können wir das mal ausstatten. Das Auto. So, rostiger Boden. Tun wir einfach einen Teppich drüber. Schlau wie wir sind. Ja, einmal frei. Da zieht es zwar wahrscheinlich ein bisschen. Aber egal. So, Piratenflag. Ja? Hm? What would that be? You better? Yeah? Price, it's Frank. Oh, hey Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard, that's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general? Or to you? I'll see you soon. Time for a hard earned smoke break. Yeah, not bad, not bad. Oops. So, look at that. What have we here? Oh, we can see that light here. Does your truck look like an aquarium on wheels? I didn't think so. That's not like an aquarium. That's like an aquarium. That's like, a friend house. What do we do? The inaugural truck tag. That's the most fun. You only get one chance to make a first expression. Oh, was machen wir denn da jetzt rein? Ein mystisches, mystisches oder beängstigendes? Wir machen ein beängstigendes. Wir sind nämlich eine harte Sau. Gut, jetzt noch nicht, aber wie wir ja wissen, wir werden es. Jetzt habe ich gedacht, die zeichnet irgendwie einen krassen Totenkopf oder irgend sowas. Dann schreibt die nur irgendwas hin. Schade. Jeder, der jetzt denkt, ich würde gesponsert von Müll und Milch, gibt es doch immer so. Wahrscheinlich Leute, der wird gesponsert von Müll und Milch, wäre geil, wäre ich dabei, aber ist leider nicht so. Hier ist wieder der singende Mann, ich glaube, den müssen wir nicht nochmal ansprechen, weil das, komm, wir machen es nochmal. Oh, was haben wir denn da drin? What do we have here? Beanie. Oh. Jeder, der Life is Strange kennt, wird sich jetzt bei diesem blauen Beanie denken, oh. Most people probably wouldn't wear a Beanie they found in a junkyard. Sucks for most people. So, den nehmen wir natürlich. Ja wie, hier gehen doch die Sättchen jetzt gleich auf. Hm, okay, dann nicht. Joa, ich würde sagen, hier Zigaretten, ne? Ja, jetzt rauchen wir mal einige. Ja, ich würde sagen, hier. In my olden time, I'm trying to reach out. In mir sehr, gleich drauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dad? Schade! Das war ich gerade noch so fasziniert von der Szene vorher. Das finde ich immer gut, wenn die dann irgendwo sitzt und sozusagen chillt. Dann kommt so die Musik und dann sieht man so die Landschaft und so. Das finde ich immer super. Und jetzt räumt sie halt wieder schlecht. Jetzt wieder eine ihrer Albträume. Oh, der Papa. Do I even like marshmallows? Do I feel like roasting a marshmallow? So? 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 Es ist toll, nicht wahr? Ich kann nicht nachdenken. Okay. Don't pretend. You're not mesmerized too. See. You're so drawn to it. You don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us Just like darkness. Aber die Schmerzen schreit mit Absintheid, mit Verlust. Was ist mit Feuer schreit? Schönheit. Aber manchmal gibt es eine größere Schönheit, noch zu kommen. Unglaublich. Feuer ist sehr glücklich, Chloe. Es will all die Schönheit für sich selbst. Das ist das, was du musst, zu beachten. Beachten, was du? Ist ja eklig. Eklig und gruselig. Oh, die ganze Kippe ist weggebrannt. Und wie haben wir schon ein Feuer gemacht? Auch gut im Auto ausdrücken. So, are you gonna invite me in? Or what? Mhm. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Gib mir mal. Gib mir mal, oder? Es ist nichts, nur ein kleines Blut, die ich vorhanden habe. Eine Pirate-Flag? Eine blöde Lüge? Das ist schmerz. Es ist schmerz. Perfekt schmerz. Chloe, das ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass du uns ein Flugzeug gefunden hast. Fluchten? Fluchten? Und kein Blackwell. Holy shit. Das Wels-Meeting. Entschuldigung. Ich kann nicht glauben, dass er dich tatsächlich verabschied hat. Ich würde sagen, dass es die größte Sache auf jeden Fall passiert. Ich bin einfach so verabschiedet mit dem Spiel. Wie können sie Victoria-Chase-Jack-Your-Wall lassen? Denn Leben ist eine Geschichte von einem Idioten. Full of Sound and Fury. Signifying nichts. Ja. Total. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist gut. 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 Ich würde mich sehr glücklich machen, wenn ich in die Kirche bin, als wenn ich mit dem Diktator David livee mit dem Diktator. Das ist gut. 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 Was ist? Ach ja, warum nicht, ne? Ja, kannst du? Wieso liegst du denn so rum? Nun, Doktor. Blackwell stinkt. Ich bin von der Schule geblieben, und ich bin nicht ganz sicher, was zu tun tun. Du meinst, wie zu kämpfen mit deinen Gefühlen und Gefühlen? Nein. Ich meinst, wie zu expressieren meine Gefühlen von Intense-Joy. Aha. Du denkst, dass du das ein bisschen zu gut genommen bist? Du sagst mir. Ich würde sagen, dass ich sehr gut eingestellt bin. Ich würde sagen, dass meine Therapist-License nicht so haben. Naja, wir können jetzt komplett durcherzählen, ne? Äh, früher auch. Also eine Exzeptionale Schönheit. Es klingt, wie sie sich inspiriert hat von jemandem in ihrer Leben. Eine Person, die auch, kann ich sagen, ein Knack-Out in der Looks-Departement. Vielleicht ein Freund von dir, Ich glaube, da geht was. So. Der David der Fucker. Es gibt dieses Dildo mit einem Moustache, der meine Mutter bezeichnet hat. Und jetzt denkt er... Er geht mit uns rein. Wie kann ich ihn stoppen? Hm. Das ist ein schweres. Ich bin nicht sicher, dass es wirklich nichts gibt, was du tun kannst. Dann, was ich mit dir mit dir zu sprechen? Nur weil du ihn nicht stoppen kannst, bedeutet das, dass du nicht wieder kämpfst. Und dann, wenn du dich zurückkommst. Die Resistenz beginnt jetzt. Okay. Du brauchst einen neuen Namen, um deinen Enem zu marken. Was hast du? Ähm. 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 Stief-Dummkopf. Lame. Stief-Dödel. Stief-Dödel oder Stief-Wichser? Alter Stief-Wichser. Ja, es wird, glaube ich, besser passen. Ich würde jetzt sagen, Stief-Dödel. Aber die ist so jugendlich. Die sagt bestimmt Stief-Wichser. He's a step fuck. Because he's a stupid fucking fuck. Poetic. May I also suggest step ladder? Why step ladder? Because he climbs on your mom every night. Eww. Alter. And pretty soon they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. Mhm. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure, delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous skunker. Dumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah. I'm just. Ugh. I don't know. Yeah, yeah. Die haben's nicht leid. Can we talk about something else? Yes. Of course. Of course. Thank you.